Es ist unglaublich! Wir sind auf der Games Convention! Yeah! Nintendo auf der Games Convention 2007! Yes! Aber Big Love! Hatte nichts zu bieten! Was man nicht schon gesehen hat! Man sieht hier Leute mit dem DS zocken! Dr. Kawashima 2! Gut, das ist ja... Aber das kann man ja auch schon kaufen! Big Brain Academy für die Wii durfte man spielen! Oh! Wii Sports! Amazing! Eine Neuerung gab's doch tatsächlich! Mit dem Balance Board! Man durfte sogar spielen! Hätte ich nicht gedacht! Funktioniert auch richtig gut! Und wir haben uns voll drauf gefreut! Wii Fit! Wir sind ja so fit! Wir sind jetzt gleich so was! Mattis bereitet sich mental vor! Ja! Ich muss meine volle Konzentration zusammen nehmen! Gleich ist der Moment da! Du darfst das erste Mal mit deinen neuen Wii Fit Socken auf dem Balance Board stehen! Ich hab mich jetzt erst zu früh drauf gestellt! Hat er ja schon gemeckert! Oh, was machst du denn da? Kopfbälle! Kopfbälle? Aha! Und wie funktioniert das? Ich muss mich nach links und nach rechts neigen! Um Fußbälle zu köpfen! Und anderen Gegenständen auszuweichen! Ich schieß die mit richtig Karacho voll auf deine Birne! Ja! Voll auf die Birne! Und dann musst du hier so mehr nach rechts oder nach links! Und dann halt die Bälle zu treffen! Ich hab aber den Dreh am Anfang nicht raus gehabt! Ich hab mich immer auf einen Fuß gestellt! Und das war dann nicht richtig! Da kommen die Schuhe hoch! Und Panda! Irgendwelche Panda! Panda-Bären! Panda-Bären! Ja! Weil die die gleiche Farbe haben wie Fußbälle, nehm ich wohl! Sieht auch so aus! Ja! Da musst du an meinem Step-Aerobic machen, hätte ich beinahe gesagt! Das ist so, ne? Ja! Das ist recht knifflig! Sieht schick aus, das Ding! Ja! Schnurrlos! Schnurrlos! Ich wollte schon schnabellos sein! Flach! Zu verstaunen! Vier Sensoren sind drin, die auch dann das registrieren, wenn du dich nach vorne und nach hinten neigst! Was dann hier zum Einsatz kommt! Genau! Dieses Kugel ins Loch gefördernde Spiel! A la Korinpa oder... Na gut, bei Monkey Ball muss man sowas nicht machen, aber... Joa, ich... Ah, ein bisschen! Muss man auch mal! Aber, äh... Wie man sieht, ich bleib hier auch hängen! Doch! Ist sehr sehr lustig! Muss man sich, äh... Erstmal reinfinden, ne? Genau! Macht Spaß! Das glaub ich! Ich hab's ja leider nicht gespielt! Ich hab mich da mit so einem Balance-Test begnügt! Genau! Wo man, äh... So ne... Position ein paar Sekunden lang halten muss! Und wenigstens noch mal fast alle Spiele abgedeckt! Ja! Also das, äh... Den Grobteil, das fand ich halt sehr interessant! Das kann zwar grafisch nichts, aber da muss man halt dann schon... Gut was machen! Hier sieht man dann auch nochmal meine Versuche, also... Ne? Ja! Schil zu spielen! Ja! Das hat zuerst nicht... Das hat zuerst nicht ganz geklappt! Bin ich als Kundeball ins Tal... Ins Tal gerollt! Ja! Nintendo auf der Games Convention, also... Bis auf Wii Fit gab's leider nichts Neues zu sehen! Ja! Ja!